Hey meine Lieben und Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Anna und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute möchte ich mit euch zusammen die My Little Box für den Monat Februar auspacken. Ja, möchte mit euch zusammen reinschauen, was sich hier in dieser wundervollen Box diesen Monat befindet. Und zwar, genau, die My Little Box kommt aus Frankreich. Sie enthält in der Regel immer 5 Produkte. Drei davon sind normalerweise immer Beauty-Produkte. Zwei Accessoires sind immer dabei. Es kann alles möglich sein. Deko-Elemente. Wie in diesem Monat haben wir jetzt mal so eine Blechdose. Wir hatten aber auch schon eine Schmuckdose dabei. Also alles durch die Bank weg, durch. Genau. Und ja, wollen wir mal anfangen. Wie gesagt, ich will euch auch nicht zu lange auf die Folter spannen, was sich hier drin verbirgt. In diesem Monat kommt sie, wie gesagt, in so einer wunderschönen Box. Man konnte zwischen zwei Designs wählen. Ich habe mich jetzt mit dem für den Streifen hier entschieden. Haben an sich aber ähnliche Designs. Ja, ob man sich jetzt für den Streifen entscheidet oder für die andere. Gibt sich nicht ganz so viel. Genau, Cookie & Queen steht hier auch noch drauf. Und dann würde ich sagen, mache ich sie jetzt mal auf. Zuallererst hier oben drauf haben wir ein paar Sticker liegen. Ja, die kann man sich irgendwo hinpappen, sag ich mal. Ja, ganz süß. So ein kleines Goodie gehe ich mal davon aus. Und dann haben wir zuallererst hier was eingepackt. Also ich gehe mal davon aus, das ist jetzt schon ein Accessoire. Und so geht es dann weiter. Genau, haben wir noch einen Flyer. Und ja, hier unten werden auch noch ein paar Produkte drin sein. Aber wir schauen jetzt mal, weil ich das jetzt hier eh in der Hand habe, was sich hier drin verbirgt. Bei der My Little Box ist hier immer so, seht ihr jetzt vielleicht auch, also wir hatten hier dieses Design von dieser Blechdose. Und das geht hier jetzt auch über alles, ja, zieht sich wie so ein roter Faden durch. Also sprich, ich gehe davon aus, hier ist ein Accessoire drin. Und man sieht auch, dass es auch wieder eingepackt ist in diesem ähnlichen Design wie schon die Box. Hier hinten steht noch was drauf. Auf Französisch weiß ich nicht, was das heißt. Wir haben es aber auch auf jeden Fall auf Deutsch hier stehen. Königliches Haar. Bürste ist einfach über, aber sanft. Jetzt kriegen wir schon einen kleinen Spoiler von dem, was hier drin ist. Klein, aber fein. Mit dieser Bürste lassen sich Knötchen im Haar einfach wegbürsten. Die Bürste ist aus FSC-zertifizierten Holz gefertigt und sorgt für ein zartes, königliches Volumen. Dann schauen wir doch mal rein, wie diese Bürste aussieht. Und zwar haben wir dann hier so eine, ja, so eine Holzbürste. Hier unten haben wir nochmal das My Little Box gebrandet und ein süßes kleines Herzchen. So eine Bürste habe ich bisher noch nicht. Also ich weiß, meine Mama und ich glaube auch meine Schwester haben so eine Bürste. Vielleicht ist es ja für die was, weil, wie gesagt, ich habe aktuell zwei Bürsten. Das reicht mir auch. Vielleicht können die diese Bürste gut gebrauchen. Ansonsten, schaue ich mal, werde ich sie vielleicht dann doch früher oder später selber benutzen. Bürsten kann man aber immer generell gut gebrauchen. Das war jetzt, ich gehe mal davon aus, das zweite Accessoire, weil hier die Box zählt wahrscheinlich als erstes. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Flyer. Und da werden wir auch schon so ein bisschen gespoilert, was sich jetzt 100% in diesem Säckchen befindet. Ich schaue jetzt aber mal rein. Ich lese das jetzt auch nicht vor. Bin jetzt mal gespannt, ob es hier drin ist. Wie gesagt, die Beauty-Produkte oder auch teilweise die Accessoire kommen immer nochmal in so einem kleinen Säckchen. Kann man auch super wiederverwenden. Von daher, ja, ist eigentlich ganz schön. Genau, und ich sehe schon, hier ist auch das Produkt, was jetzt gespoilert wurde. Und zwar haben wir von Christoph Rubin ein Cleansing Purifying Scrub, 40ml. So sieht es aus. Ich kenne das schon. Ich habe das einmal in groß aus dem Adventskalender. Ich habe das mittlerweile auch schon einmal in dieser Größe. Von daher lasse ich das jetzt auch zu. Ist ein, ja, ist ein Kopfhautserum mit Seesalz. Das wird mal irgendwann an euch, an einen von euch verlost, weil, wie gesagt, ich brauche nicht drei davon. Und, ähm, genau, wir haben nämlich hier auf dieser Karte einen Code, wo man wohl 20% bei Christoph Rubin bekommt. Genau, aber wie gesagt, ähm, ja. Das hier ist drinne. Mache ich jetzt auch nicht auf, weil ich es einfach schon habe. Ist halt so ein angenehmes Kopfhautserum. Ich habe jetzt aktuell noch eins von der anderen Marke in Anwendung. Von daher kann ich euch jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, wie das hier ist. Ähm, ich probiere es aber dann einfach oder nehme es natürlich gerne, ähm, sobald das andere leer ist. Ähm, man soll es auch nicht ganz so oft anwenden. Also in der Regel einmal pro Woche reicht. Und ich nehme das dann auch immer als Shampoo-Ersatz. Ich mache mit das Kopfhautserum drauf, mache dann eine ganz, ganz wichtige Conditioner, beziehungsweise Haarmaske. Und fertig ist es. Genau, also wie gesagt, das ist jetzt das erste Beauty-Produkt. Dann haben wir hier noch ein Beauty-Produkt drinne. Und zwar von der Eigenmarke My Little Beauty. Und zwar ist es Clenny Baby, ähm, ein Gesichtsreiniger, würde ich sagen. Genau, mit französischem Lavendel, Rosen- und Rosmarinwasser. Genau, Reinigungsgel für einen strahlenden Tint. Rieche ich jetzt gerade mal dran. Genau, das hat halt so ein, ähm, ja, man riecht diesen Lavendel einfach raus. Reinigungsprodukt, ähm, ja, kann man immer gebrauchen. Von daher, äh, passt es. Und ein Produkt haben wir hier drinne. Ähm, das kenne ich aber auch schon. Von First Aid Beauty. Ein Ultra Repair Cream. Genau. Das ist so eine, so eine Creme. Ich glaube, in der Look Fantastic Bock war es drinne. Ähm, ist halt so eine Creme, die kannst du für alles verwenden. Also sprich, ähm, vor allem für trockene Haut. Genau, steht ja auch hier Intense Riteration für Dry Part Skin. Sprich, kannst du, ähm, mit Sicherheit für die Lippen verwenden, für die Ellenbogen, von Kopf bis Fuß einmal durch. Ähm, ja, habe ich jetzt, wie gesagt, auch schon zum zweiten oder sogar zum dritten Mal. Ich muss mal gucken. Mal schauen, was ich hiermit mache. Lasse ich auch nochmal zu. Weil es kann einfach sein, dass, wenn ich sehe, ich habe das schon ein paar Mal, dass ich es einfach in eine Verlosungsbox für euch mal reinpacke. Genau. Und, ähm, das waren sogar schon die Produkte. Also es ist, ähm, ja, wie ich dachte, im allerersten. Also sprich, diese coole Box hier, die man auch super wiederverwenden kann, zieht als Accessoire. Genauso wie diese Haarbürste, die wir drinne hatten. Dann hatten wir, wie gesagt, drei Beauty-Produkte. Wir hatten von der My Little Beauty Eigenmark hier diesen Gesichtsreiniger mit Lavendel. Wir hatten von Christoph Robin dieses Kopfhautserum, was ich auch schon habe. Und, ähm, diese Ultra Repair Cream von First Aid Beauty, was ich auch schon habe. Ähm, ja, zusammenfassend sind an sich tolle Produkte. Ich finde es zwar schade, dass ich jetzt so zwei Produkte davon schon habe. Und mal, wie gesagt, gucken, vielleicht verschenke ich die Bürste einfach weiter. Aber, ähm, ich finde es halt einfach immer so toll, wie das einfach alles eingepackt ist. Das habe ich ja auch in dem letzten Video von der My Little Beauty Box, My Little Box schon gesagt. Das ist halt einfach so, ja, die, die, ähm, Boxenpacker denken sich halt irgendwas dabei. Wenn die es einpacken und nicht alle Produkte einfach reinschmeißen und fertig. Sondern das finde ich halt immer süß, dass auch die Accessoires nochmal hier, wie gesagt, eingepackt sind. Ähm, ja, genau. Also, wie gesagt, das waren jetzt die Beauty Box für den Monat Februar. Ähm, die kommt auch mittlerweile immer relativ früh. Also Anfang des Monats ist sie mittlerweile schon da. Normalerweise kamen sie immer zur Mitte des Monats. Aber finde ich auch nicht schlimm. Desto schneller kann ich euch das einfach zeigen. Genau, wenn ihr, ähm, ja, es interessiert mich, wie fandet ihr den Inhalt von der Box? Lasst es mich gerne hier unten in den Kommentaren wissen. Gebt auch dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um keines meiner weiteren Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dann, macht's gut. Tschüss.